hallo freunde der nacht und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls 17 mit dem juggie auch nur wenn genannt und dem dann fang li hallo und wir müssen in unseren lkw ich musste gerade mich akustisch etwas äußern deswegen habe ich mich gemütet gehabt augen auf im straßenverkehr junge ich will nicht nicht wenn ich nach hinten gucke brauchen wir denn irgendwo das stone oder das brauste rein gerät ist der asphalte genau hier drüben da wo nur mein kratz steht wir dürfen aber nicht mal nicht mal ganz einer reinpassen eine schaffe weil es eine abends waren ströne was wollte ich jetzt machen ach so rivers antonnen ja dann tue ich das noch wenn man vorerst den abklären kein gewinn mit ladlader fahren hehehe dieser verkehr ja schon wieder bei mir ist gerade kamerasteuerung dezent irritiert warum erst mal wird er klarkommen mit allem das lange nicht mehr gespielt könnte man so sagen ja aber dazu muss ich sagen wir haben die map auch lange nicht oder beziehungsweise keine lange keine aufnahme mehr gemacht ja dadurch dass wir vorproduziert hatten war das alles nicht hat zumindest viel vorproduziert was ist denn jetzt los ach jetzt leckt es auch volle Bude ja jetzt gehts wieder bei mir darf es nämlich auch gerade lecken warum immer ja das war hier wo ich abgekippt hatte ja so ja so genau einfachen Sand braucht man ein Betonwerk oder ähm ne jetzt hat man an oben äh das dürfte glaub ich die äh erste produktion sein wo ich das äh äh wo das Steinpuder reinkippen sollte oder dann halt die hinterste ich glaub eher die vorderste da fehlt nämlich Sand und Gravel aber das meines Wissens noch die erste sind vorne oder ich bin glaub eher da ja 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 mach eben wie hä ich wills gleich runter kippen mit dem Hänger ja dann mach dass du nicht erst jetzt hier hinter kutschen musst weil Sand wird noch was anderes gebracht ähm ja der Sand ist gleich voll was mir war nämlich auch klar dass du nicht äh nicht eine ganze Schaufel rein kriegst ja doch knapp eine kriegst rein warum haben wir eigentlich hier unten bei Riversan kein Förderband stehen weil wir da ein Radler da haben ja danke das hab ich jetzt auch mitgekriegt ja 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 oah das war jetzt total schön Kaufel runter gemacht aber auch nicht komplett runter quasi immer kurz verteilt so was war da war es bei das folgen und bekannten der vorwärtskubik dann dabei und ich komme in der Welt Notfalls veräußern Oder unten in der Betonfabrik Ach, dort wird glaube ich auch Sand Aber guck vorher, die warst du mal Ich warst mal hin Also liebe Zuschauer, wie ihr schon mitbekommen habt Heute mal die Produktion Die Produktion wieder dran Mit Befüllung Ja Genial Das heißt, ich soll Das ist ja blöd Was denn? Ich wollte gerade mit dem Radlader den Gravel nach Die Stoneporter Stoneporter Stoneporter, vor der Beine, ja So verguckt? Nee Stoneporter geht vorne, wo du reinfährst aufs Gelände Wurde hast du den Eifeldrischer dafür Ja Ich sollst sagen, an der Stirnseide Oh Ich hab's heute nicht mehr Wollten bei Gravel reinschmeißen Ja, das find's nüßerisch Hab ich auch gemerkt, nachdem ich die Gravel kam alles angekippt hatte und ich ihn nicht mehr Achso, ja, wir sind auch im falschen Channel, falls euch das mal aufgefallen ist Ja, ist mir auch gerade aufgefallen Wo wollt ihr denn hin? Aufnahme Da werden wir gerade eine Aufnahme machen Außer du willst doch fix zujoinen, dann machen wir halt ne kurze Pause, dann müssen wir das halten Alles klar Ja Ja Du musst schon hingehen Ja Alter, möchtest du... Achso, dann müsstest du dir aber erstmal von der Dropbox den... Oh, das wird ja auch runterladen Ja Er hat's ja schon Ah, er hat's Bei ihm ist die Dropbox permanent an Wenn man den Rechner anmacht Er braucht seinen Effekt bloß nach der Dropbox drüber kopieren Gut Und zwar in meinem Ordner, äh, denn... Die hieß das Ding Ah, ein Krasmacher Profi-Hopper Profi-Hopper 2017 Edition... FS-17 ist der Doppel-und-dreifach Ne, Doppel-und-dreifach Ja, erst 2017 Edition und dann FS-17 Ja gut, FS-17 weil, ist er halt für... Farming-Simmer-Later 2017 Farming-Simmer-Later 2017 So, Rubber brauchen wir nur noch hier oben Ja, da müsstest du dann mal mit dem LKW erstmal beim Shop die... Greifen holen Oder fährst mal drunter und guckst mal, ob da was drin ist Das könntest du als erstes mal tun Hm, ne, ich weiß was, ich fahr erst mal gleich runter zum Shop hol, äh, die Reifen Oder so, ja Und nimm da gleich den Robber mit hoch Ja, ja, du das, äh... Du musst gleich mal gucken, was hier noch reinpasst Ist schon, ne? Okay Oder wenn, ne? Okay Na, wie nun? Dinger und Satko-Produktion fehlen mehr Okay, du hast schon länger nicht mehr mitgespielt Hab ich so das Gefühl, weil die steht doch bei uns auf der Map schon ne ganze Weile Ja, kann sein, dass ich aussortiert hab Das sollte man dann nicht tun Ja gut, pass mal auf, dann machen wir das so Ich mach jetzt hier... Na gut, wie lange wird denn das beide da und das... das Runder ziehen? Nicht lange Gut Das Problem ist, ähm, ich glaub auf der Dropbox liegt's nicht mehr Ja, jetzt muss ich erst mal erinnern, wo der hochladen ist Oh nein Na toll Ach, so oft eigentlich ist nicht lange dauernd, weil es ja schon immer drauf war Ja, und? Ihm, was, wo, hä? Na fix, äh, Saatgut- und Düngerproduktion Wird er auf dem... äh, auf der Dropbox hauen Die Lacher waren ja automatisch dabei, oder? Oder nicht? Ich weiß schon mal wie das hieß Das eine hieß Fertilizer und... Ne, äh, war das das H-O-T 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 Ich hab's... Ich hab's reingepackt in den Dropbox Und was da... Man hört's, dass du das grad hochlädst Ne, sind schon lange gefahrt Achso, auf jeden Fall darf's grad ziemlich lecken Oder darfst du grad ziemlich lecken Ja, das leckt grad immer noch Hä, das leckt immer noch Achso, weil der das beim Irrkort hochgeladen hat H-h-h-h-h Wundergeladen, ja Och, ja, ist ja gut Heulei, ist es schon clean Niemals Kein Teil Im Was, als der Neue Warte Hä, n-h-h-h Nee, na, mach Mein Gott Was fällt nun noch ? Nene, dann stell' doch schon da Abtritt bei Weil man ja nur mit Arbeit zugeschüttet wird Dann sollst du ja immer was machen Du kriegst alles mal was nicht zu tun. Das war natürlich nicht so die beste Idee, kurz vor dem Berg hier... ...einen Anker zu werfen. Die kommen sogar bis berghoch, die NPCs wieder ran. ... Das ist neu. Das ist neu. Das war's. was soll ich jetzt machen? du könntest Limestone in die Zementfabrik schmeißen Traktor oder LKW? Bulldozer nichts dergleichen deswegen war ich jetzt gerade zu irritiert der durfte eigentlich auf dem Hof stehen da steht alles offen auf dem Hof abgesehen vom Radlauter Danfan fährt gerade mit damit fährt er Danfan gerade dann müsstest du dir vielleicht Mensch dieser Trigger hier da müssen wir auch noch mal gucken hier irgendwas halt mit dem Trigger nicht hin wie viel Geld haben wir denn? in der Mitte 290 1025 woher also davon einfach einen zweiten zu kommen und einen dummer so jetzt gehen wir da so nicht mal reinpasst wenn es freut ähm hm 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 ich gucke mal ich gucke mal knapp 300 Riesen kostet der 386 also ne dann passt 400 auf die 100 kommt es doch nicht drauf ein oder? Lohnt sich das noch einen zweiten zu holen? Lohnt sich das noch einen zweiten zu holen? weißt du gerade hier Stonen nachfüllen? hm hm ja aber Kohle könnte man doch eh immer 70 Kubik gebrauchen ich bin ja gerade am überlegen wo ich erstmal meinen Riversand hinkippe ich gebe dir mal hier den Zug rein mal gucken was geht Kohle? ja Kohle 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 dann wäre Asphalt hier irgend so weit voll oh hier wird doch das wird doch unten gebaggert ja ja dann falls demnächst mal noch jemand Riversand braucht kann er sich aus dem Zug holen wahrscheinlich wenn wir da irgendwie eine Liste hinstellen könnten was sagst du Tessi? soll ich noch irgendwas mit hoch bringen? bist du auf den Dumber eigentlich nicht? ähm 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 möchtest du klein oder großen Roman? fahre achso ähm ich fahre das kannst du knicken du kannst ja einen mitbaggern äh nein ach ich ähm ich tritts mal so aus ich mag die Steuerung nicht ich mag die Steuerung nicht aber absolut nicht ja und? denkst du ich habe die 70 Kubik alleine? dort kannst du voll knicken jetzt zieht er wieder rum hier die Wahrheit kannst du selber machen ja machschmeiß du ihn weiter sagst du so wie es ist da ist die Möte ab und verweiter oooh wie zwei seltschen lehn Mädchen hehehehe ich möchte nicht nein ich möchte auch nicht Mädchen wir einfach ja das sagst du jetzt ja bin ich gerade am überlegen oder hab ich mit dem Radlauter runtergekommen ich habe heute meinem Sohn erklären müssen dass Mädchen doch wohl Rest haben oh Gott so was wollt ihr jetzt wolltet ihr jetzt wohl lauten? Kohle für was braucht ihr jetzt noch mehr Kohle? wir brauchen immer 70 Kubik Kohle und irgendeine Asphaltproduktion darf in der Hinsicht so gut wie volle ich bin so vorgepickt ach Mensch Jungs irgendwie irritierend wenn das 37% steht ich komm nicht rein ja das ist es ich komm ja nicht ran ich komm ja nicht ran ich komm ja nicht ran ja wäre doch so ganz schlecht ob der drüber ist oder ne ja ja so jetzt war es hier oben wie denn jetzt äh was wollt ihr das? warte mal mach zu vorm ein Stück zurück ich habe es heute gleich aber gleich ein Packer äh ein Radlauter doch warum? wenn wir da einfach mehr rein kriegen was ist denn das jetzt? oh Gott oh Gott oh Gott ja das habe ich mir auch gerade so gedacht jetzt gehts wieder ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht was denn los mit was denn das jetzt ich weiß nicht was denn los mit was denn das jetzt naja und wir habe ich jetzt ein Dumbo und da ein Kreuzes Kreuz in der Mitte ach so das kanns ignorieren ach so da ist im grünen Bereich ich weiß nicht ich weiß nicht wie wir auf die Idee kommen eigentlich statt hier verbaggern und nutzen zu wollen ähm ähm warte mal ich steige mal kurz aus meinem Bagger aus und sage der der im Bagger sitzt ähm 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 Limestone dann kommst du mal hier vor zu mir ja das ist Marvin ab mit dir Tessi? ja ich bin schon weg warte 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 oh Gott oh Gott was ist denn heute los hier? ich weiß es nicht aber ich denke mir das wird irgendwie damit zusammenhängen wenn man hier das Zeug in die Mulden füllt das ist gar nicht so die Mulden füllt die Mulden füllt sie können nicht so Sie reden die Bei wievien Minuten sind wir denn? Wir sind 23 Uhr, schauen wir jetzt. Oh Gott. Da musst du gleich mal einen Cut machen. Ja. Geht sofort los. Schaufheuer, tess ihn noch voll, wenn es okay ist. Und dann machen wir erst mal ein Päuschen. Ja. Jetzt fahr ich hoch, genau. Lass er dastehen wie den Verwälztmormen. Arbeiten jeder. Fahr mal den Dumber zurück. Weil ich heute irgendwie mal wieder, macht sich da. Oh Gott. Auf alte Richtung. Oh Gott. Hat geholfen. Wieviel hast du? Wenn du vor. Jetzt führer ich weiter, ich will nicht. Und dann wird er diesen Jaun. Und dann wird es sicher. Ich habe das mit dem Verwälter festgestellt. Wenn du da bist, unterstachel können, dann muss ich da. Er ist sicher. Ich habe da nicht den Verwälter, dann kann ich einen Knieg. sehr freie nieder nacht dann sage ich erst mal bis hierhin bis zum nächsten mal